Hallo und guten Tag. Ja, herzliche Grüße aus Praia de Forte. Ich gehe gerne mit euch einmal hier durch und zeige euch einen Teil von dieser schönen Stadt. Hier bin ich in der Fußgängerzone und wie ihr seht, es ist früh am Morgen. Es ist nicht so viel los, aber ich kann euch sagen, Autos fahren hier nicht, sondern es sind nur Fußgänger zu sehen, Jogger, Leute, die spazieren gehen halt oder hier zum Einkaufen gehen. Hier drüben ist ein Supermarkt oder aber Fahrradfahrer. Ja, wie gesagt, man rustet sich für den Tag und eins möchte ich euch gerne zeigen. Ich bin immer wieder begeistert von diesen Lieweihschildern. Es gibt ganz bunt und kreativ, wie hier das zum Beispiel. Das ist eine Bar, die auch ganz gut ist. Da habe ich auch schon gegessen. Das hier, das hat auch was ganz Besonderes. Hier gibt es Spieße, also Fleischspieße, die man essen kann. Und wie gesagt, jetzt ist noch nichts los, aber heute Abend zeige ich es euch. Da könnt ihr sehen, da ist ganz viel Leben. Ja, was es hier gibt, sind natürlich sehr viele Souvenirgeschäfte, aber nicht wie oft üblich mit großen Gummi, Tieren oder sonst was, sondern alles sehr dezent, alles ein bisschen kleiner gehalten. Es gibt schöne Modegeschäfte. Es gibt ganz viele ausgezeichnete Restaurants, sehr viele Pizzerien. Eine, die kann ich euch zeigen, die ist gleich hier in der Seitenstraße. Das ist eine meiner Lieblingspizzerien. Hat natürlich auch geschlossen, aber ist auch mal ganz schön, wenn man das sieht, wenn noch nichts los ist und dann den Vergleich zu abends. Ja, das ist, gefällt mir immer ganz gut. Ja, hier, das, wie gesagt, das ist meine Lieblingspizzeria. Machen ausgezeichnete Sachen. Sieht klein, fein und heute Abend, ich garantiere euch, ihr werdet fast nichts wiedererkennen. So, weiter geht's. Hier das nächste Hinweisschild. Ich finde, das sieht ganz hervorragend aus. Es ist ein Herrengeschäft, die tolle Mode haben. Könnte auch irgendwo anders stehen, finde ich. Hier ist das gleiche, nur für die Damen. Da geht's um Damenmode, Damenbademode. Und auch hier gibt es Haus & Co. Auch hier alles fürs Schwimmen, alles für die Tunnel-Temperatur. Tagsüber haben wir ungefähr 36 Grad. Es ist ja Hochsommer hier. Jetzt ist Abend und ich hatte euch ja versprochen, dass ich euch jetzt ein bisschen den Eindruck zeige von diesem süßen kleinen Ort, wie es abends hier aussieht. Ja, hier bin ich an einem Hotspot, denn hier gibt es was ganz Besonderes. Also man kann das vergleichen mit unseren Reibekuchen, die es gibt. Das ist Mandelmehl. Das wird auf der Platte gemacht und das wird dann anschließend gefüllt entweder süß mit Schokolade oder eben herzhaft. Ja, und hier gleich hier gegenüber, da gehen wir jetzt mal hin. Da ist eine nächste Geschichte, die auch ein Hotspot darstellt. Und zwar ist das das Tango Café. Und das ist wirklich so eine Innengeschichte. Hier sitzt man abends, trinkt die Capirinha, isst die Kleinigkeit oder genießt einfach nur die Ausblick auf die anderen Menschen. Ja, manchmal, wie man da sieht, kommen auch Künstler vorbei. Die machen ihre Kunststückchen und kriegen dafür ein paar Geldstückchen. So, hier sind wir auch an einem ganz besonders schönen Geschäft, was mir so gut gefällt, weil die haben sehr hübsche Sachen, die man draußen auf die Terrasse, in den Garten hin kann. Alles mit echten Kerzen. Das sieht wunderschön aus. Super kreativ gestaltet. Ja, gefällt mir gut. Guck ich auch immer wieder gerne rein. Ja, hier nebenan ist auch wieder ein Souvenirladen. Hat alles Mögliche. Manches ist natürlich nicht so der Hammer, aber trotzdem schön. Ja, die Sachen hier gefallen mir auch gut. Sind so Sachen, die man auch draußen für den Balkon nehmen kann. Kreativ gemacht in vielen bunten Farben. Und ja, schaut mal hier, gefällt mir ziemlich gut. Hier ist ein Restaurant, was auf der oberen Etage ist. Kann man übrigens ziemlich gut essen. War ich auch ganz begeistert von. So, und jetzt gehen wir hier um die Ecke. Und dort ist der kleine Italiener, den ich euch heute Morgen schon gezeigt habe. Und da ist natürlich jetzt, wie ich schon sagte, und wie ihr hört, Entschuldigung, ist ein bisschen viel los hier. Da ist natürlich jetzt heute Abend doch viel mehr los. Meistens ist es so, dass die Leute draußen warten müssen auf einem Platz. Schauen wir mal, wie es heute aussieht. Ja, hier übrigens auch noch ein gutes Restaurant. Ja, genau. Und hier, also das ist der kleine Italiener von heute Morgen, wo man super gut essen kann. Und da drüben könnt ihr genau sehen, dass die Leute warten auf den Tisch. Ja, wie gesagt, also super gutes Essen, tolle Pizzen, ähm, super Spaghetti. Richtig, richtig gut. Ja. Ja, weiter geht's. Auch hier drüben übrigens auch ein ganz ausgefallenes Landengeschäft. Ich habe mal angefühlt, nämlich hier ist die Vitrine offen. Das sieht eigentlich alles aus wie, ähm, ja, Papier. Ist es aber nicht. Das ist so ein ganz festes Material. Sehr schön. So, hier kommt wieder unsere Meile mit den schönen Läden. Hier ist es ein bisschen gemischt. Hier gibt es Souvenirs. Einerseits Hüte, äh, Klamotten, äh, Taschen. Ähm, hier ist ein Geschäft für die Kinder. Ja, auch ganz witzig. Kinder werden ja geliebt hier von den Brasilianern. Die mögen das hier sehr. Genau. Sieht ihr schon wieder ein Kindergeschäft. Hier gibt es kleine Souvenirs. Fanglas hat natürlich, äh, Sonnenbrillen gibt es auch Ormas. Und hier auf der anderen Seite, da sind die wirklich vielen, vielen schönen Läden, die mir so gut gefallen. Sehr, sehr stilvoll. Tolle, tolle Mode. Die Qualität der, der T-Shirts ist unglaublich schön. Und, ähm, die Preise sind eigentlich auch ganz in Ordnung. Dann gibt es hier weiter einen, äh, genau. Da drüben ist, ähm, eine Schokolateria. Da kann man also ganz leckere italienische, äh, Eissorten zu sich nehmen. Sehr nett gemacht. Und schmeckt ausgesprochen gut. Genau. Und Kinder, die sind natürlich jetzt auch noch ganz aktiv. Das ist klar, ne? Viele Geschäfte, die Schwimmsachen verkaufen. Bikinis, ähm, Badeshorts. Ich weiß nicht, was alles. Also, alles hoch im Kuss. Hier dieses Restaurant Donana ist auch super zu empfehlen. Sehr gut. Hürden, brasilianische Küche. Hier auf der anderen Seite ein kleines Hotel. Schluckelig, süß, bisschen teurer, aber ganz nett. Ja, und das hier, das ist dieses Vibre. Ist auch eins meiner Lieblingsgeschäfte. Wir haben so schöne Bademoden. Die Farben sind so ausgesprochen, also, es rollen mich farbenfroh und, ähm, richtig, richtig gut. Wenn man da reingeht, kriegt man schon echt gute Laune. Ja, soweit hier. Ja, und hier waren wir heute Morgen auch schon mal, nämlich an dem Platz von der schönen Kirche. Die ist jetzt sehr nett beleuchtet. Sie sieht wirklich, finde ich, traumhaft schön aus. Und was man vielleicht jetzt im Moment nicht so gut sehen kann, aber direkt dahinter ist das Meer. Hier liegen die kleinen Fischerboote und es ist wirklich ein ganz, ganz verträumter und schöner Platz. Jetzt bin ich von der Hauptstraße abgewogen und in die Seitenstraßen gegangen und das ist auch interessant hier. Denn hier leben die Brasilianer und hier findet auch wieder das Leben auf der Straße statt. Und man findet auch wieder kaum Touristen, sowieso keine europäischen Touristen zu sagen. Ja, hier wird gegessen, hier wird gekocht, hier wird gelebt. Es ist alles ein bisschen anders. Es ist nicht ganz so fein hier, wie man sieht, aber dafür ganz, ganz herzlich und, ähm, ja, auch schön, auch interessant zu sehen, ne? Für die hier, ihr, wie gesagt, ihr Bier lieben sie ja auf alle Fälle und man sitzt hier, man feiert hier und hat einfach nur Spaß. Ja, und Musik ist natürlich aller Orten, ne? Auch hier, die Jungs machen gerade die Pizza und die Musik, die läuft. Klasse. Hier auf der anderen Seite, die Mädels sitzen draußen vor ihrer Hütte, äh, mit Handy, ohne Handy, quatschen, erzählen, in einer hohen Lautstärke. Aber auch das ist wirklich das wahre Leben. Ja, und eins muss ich sagen, ich habe mich in der ganzen Zeit hier immer sehr, sehr sicher gefühlt. Ich habe mir das Gefühl gehabt, also, die sind unangenehm, im Gegenteil. Also, ich bin auf sehr viele freundliche, hilfsbereite Menschen gestoßen und, ähm, das macht also diesen Ort für mich auch so attraktiv. Okay. So, jetzt sind wir wieder auf der Hauptstraße und, ähm, ich habe mir ein schönes Lokal für heute Abend ausgesucht. Da gehe ich jetzt hin und genieße mein Abendessen. Ja, und damit sage ich Tschüss. Ich hoffe, ich hätte euch einen schönen kleinen Eindruck verbinden können von Feier der Forte. Und ich sage einfach Tschüss, Ciao, guten Abend, gute Nacht. Tschüss, ciao. Untertitelung. BR 2018